Jo Leute, heute möchte ich euch mal eine Internetseite vorstellen, die den Mempool und die Blockchain sehr gut visuell darstellt. Ich denke mal, es ist vor allem für einen Anfänger sehr schwierig, sich das alles erstmal vorzustellen. Also, was ist eine Blockchain? Was ist ein Mempool? Was ist eine Schwierigkeitsanpassung? Was ist ein Input? Was ist ein Output? Was ist eine Transaktions-ID? Was ist ein Hash eines Bloggers? Das sind ja einfach alles Sachen, die für einen Anfänger ziemlich schwer sind zu verstehen. Und genau deswegen möchte ich euch heute die Internetseite mempool.space vorstellen. Und diese werde ich jetzt einfach mal Schritt für Schritt durchgehen. Schauen wir uns mal den rechten oberen Bereich hier an. Und hier kann man sehr schön die Blockchain mit den einzelnen Blöcken sehen. Und aktuell sind wir bei dem Block 683979. Ja, und das ist auch die Blockzeit, die die 21 Jungs immer am Anfang ihres Podcastes sagen. Und das Schöne an der Blockchain ist auch, dass diese transparent ist. Also man kann hier auf dem aktuellsten Block auch jetzt draufklicken. Und dann kann man hier auch genau sehen, ob jetzt wieder Hash zum Beispiel aussah. Ja, wann auch dieser Block auch gefunden wurde. Wie groß der auch jetzt ist. Also er war jetzt hier 1,43 MB auch groß. Man kann auch sehen, dass jetzt hier 2400 Transaktionen in diesem Block drinne waren. Und es wurde insgesamt eine Transaktionsgebühr von 0,77 Bitcoinen jetzt bezahlt. Und das sind im Durchschnitt pro Transaktion 65 Satz pro V-Byte jetzt gewesen. Und man kann auf jeden Fall sehen, dass im Zip der Mining Pool BTC.com ja diesen Block jetzt gefunden hat. Und er hat jetzt 7,02 Bitcoin jetzt bekommen in dieser ersten Transaktion. Also in dieser Coinbase Transaktion, wo einfach neu erschaffene Bitcoins auf diese Adresse jetzt reingeschrieben wurden. Und das waren jetzt ungefähr 311.000 Dollar. Und wenn ihr zum Beispiel eine Adresse von irgendjemanden seht, wie zum Beispiel Plan B, dann könnt ihr die einfach kopieren. Und könnt hier oben das einfach eintragen. Nämlich dann wird einfach in der Blockchain geschaut, ob auf dieser Adresse etwas drauf ist. Und man kann auf jeden Fall schon mal sehen, dass auf dieser Spendenadresse von Plan B 0,13 Bitcoin drauf sind. Das sind jetzt ungefähr 6000 Dollar. Und man kann auf jeden Fall hier sehen, dass hier auf dieser Spendenadresse schon 89 Transaktionen gemacht wurden. Also man kann jetzt zum Beispiel sehen, dass von dieser Adresse wahrscheinlich hier diese 82.890 Satz auch gesendet wurden. Weil das ist wahrscheinlich einfach hier nur die Rückgeldtransaktion. Und das Interessante ist halt einfach, dass die Blockchain komplett transparent ist. Man kann halt alles öffentlich einsehen. Nur man weiß halt nicht, wer zum Beispiel hinter dieser Adresse steht. Deswegen ist ja die Blockchain jetzt nicht anonym, sondern pseudonym. Habt ihr hier zum Beispiel eine Transaktion gemacht und wollt wissen, ob die Transaktion schon bestätigt ist, dann müsst ihr einfach nur die Transaktions-ID kopieren und hier oben eintragen. Und dann könnt ihr auch auf einen Blick sehen, ob diese Transaktion jetzt schon bestätigt wurde oder halt nicht. Und in diesem Fall habe ich einfach mal irgendeine jetzt genommen. Und man kann auf jeden Fall sehen, dass diese Transaktion bisher noch unbestätigt ist. Aber sobald ein Block auch gefunden wird, steht hier dann bestätigt und ihr wisst, dass die Transaktion dann schon fertig ist. Möchtest du dir jetzt einen ganz bestimmten Block anschauen, dann musst du hier oben einfach nur die Blockhöhe eintragen. Also zum Beispiel 0 für den Genesis-Block, also den allerersten Block, der von Satoshi Nakamoto damals erstellt wurde. Man kann hier zum Beispiel sehen, dass dieser Block am 03.01.2009 um 19.15 Uhr erstellt wurde. Ja, und da wurden in der Coinbase-Transaktion 50 Bitcoins erstellt, was heute einfach mal 2,2 Millionen Dollar sind. Ja, auf jeden Fall eine stolze Summe. Und hier sieht man diesen berühmten Artikel auch, den Satoshi Nakamoto damals eingetragen hat. Und solange die Blockchain auch besteht, kann man immer wieder sich das hier anschauen. Und ja, das ist eigentlich sozusagen das Schöne einer Blockchain. Man kann immer wieder sich Daten anschauen, die ja irgendwann mal in der Blockchain reingeschrieben wurden. Und das macht eigentlich so die Blockchain so einzigartig, mir einfach Daten reinzuschreiben, die für immer und ewig da drinnen bleiben. Möchtest du jetzt eine Transaktion machen, musst du ja immer einstellen, welche Transaktionsgebühr du jetzt einstellen möchtest. Also stellst du eine sehr hohe Transaktionsgebühr ein, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du in den nächsten Block reinkommst. Stellst du aber eine sehr niedrige Transaktionsgebühr ein, dann musst du wahrscheinlich sehr lange warten. Da braucht man immer so ein kleines Fingerspitzengefühl, was man da jetzt genau einstellt. Und das Schöne an dieser Seite ist jetzt zum Beispiel, man kann genau sehen, ja auch mit welcher Transaktionsgebühr man in einen Block reinkam. Also bei dem letzten Block war es jetzt zum Beispiel mindestens 61 Satz pro V-Byte. Das heißt, du musstest mindestens 61 Satz pro V-Byte einstellen. Jetzt kam wieder ein neuer Block, das heißt, hier musste man zum Beispiel 63 Satz pro V-Byte einstellen. Und wenn man zum Beispiel hier oben auf dieses Symbol draufklickt, dann kann man sich den Mempool anschauen. Also der Mempool ist ja einfach nur ein Wartebereich von unbestätigten Transaktionen. Und diesen Mempool kann man sich wie so eine Auktion vorstellen. Derjenige, der die höchste Transaktionsgebühr einstellt, der wird auch als erstes in einen neuen Block reingenommen. Und deswegen ist das einfach wie so ein Angebots-Nachfragespiel. Und hier ist das schön angezeigt, wie der Mempool aktuell aussieht und wie er halt auch vor drei Monaten aussah. Man kann hier einzelne Farben jetzt erkennen. Also zum Beispiel dieses Rote hier steht für ein bis zwei Satz pro V-Byte. Also extrem billig. Und zum Beispiel am 20.04. da war es extrem halb teuer. Da waren zum Beispiel mal bis zu ungefähr 200 Satz pro V-Byte wurden hier eingestellt. Und ja, das waren glaube ich um die 20, um die 20, halb Dollar oder so müsste das glaube ich damals gewesen sein. Also es war damals schon extrem halb teuer. Und jetzt ist natürlich die Frage, ja welche Transaktionsgebühr stellt man ein? Und ja, da kann man sich das immer so ein bisschen anschauen. Ja, wie sieht denn gerade der Mempool eigentlich aus? Und in der Regel ist es eigentlich so, dass die Miner immer die teuersten Transaktionen nehmen. Also die mit der höchsten Transaktionsgebühr. Und das kann man sich einfach ganz einfach vorstellen, indem einfach die Miner immer hier die Transaktionen von oben nach unten abarbeiten, weil ja hier oben die teuersten Transaktionen sind und hier unten die günstigsten. Und deswegen kann man im Prinzip schon so ein bisschen jetzt erkennen, ob es gerade im Sinn macht, Transaktionen einzustellen, die nur 1 Satz pro V-Byte haben. Also ja, oder halt nicht. Und deswegen war es zum Beispiel auch nicht so schlau, eine Transaktion einzustellen mit 1 Satz pro V-Byte am 20.04., weil hier noch so ein extrem hoher Berg war an Transaktionen. Man hat jetzt zum Beispiel gesehen, dass auch viele Transaktionen in der letzten Woche einfach abgearbeitet wurden, weil halt nicht so viel los war. Und alsobald auch sich das hier nähert, also zum Beispiel hier Richtung 1 Satz pro V-Byte oder 2 Satz pro V-Byte, ja genau dann würde ich solche Transaktionen einfach machen, weil dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, auch dass halt diese Transaktion noch abgearbeitet wird, als wenn man das jetzt hier einstellt. Weil dann kannst du wirklich, ja, erstmal drei Wochen gefühlt warten, ja bis der Manpool wieder auch so leer ist, dass deine Transaktion auch wieder durchgeht. Schauen wir uns mal den linken Bereich hier an. Und ja, das sind auch hier alles Blöcke, aber die sehen ein bisschen anders aus als die Blöcke hier in der Blockchain. Nämlich sind das hier noch keine Blöcke, die jetzt, ja, gefunden wurden, sondern das sind einfach nur Blöcke, die jetzt, naja, so jetzt berechnet wurden, wie wahrscheinlich der nächste Block aussieht. Im Prinzip wird sich einfach hier nur angeschaut, wie schaut gerade aktuell ja der Manpool aus und ja, wie schaut der nächste Block aus, wenn man einfach die teuersten Gebühren da reinpackt. Und man kann jetzt hier zum Beispiel sehen, ja, dass wahrscheinlich auch der nächste Block so aussehen wird, ja, dass hier nur Transaktionen reinkommen mit einer Mindestgebühr von 60 Satz pro V-Byte. Aber es ist so, dass sich das hier immer wieder gerade jetzt verändert, weil ja aktuell auch jetzt dieser nächste Block noch gar nicht gefunden wurde. Und genau deswegen verändert sich das hier. Also einmal die Anzahl der Transaktionen und wahrscheinlich ist es so, dass das sich hier noch auf 61 oder 63 erhöht, bis auch dieser Block wirklich auch gefunden wird. Und deswegen kann man nicht einfach sagen, jo, ich stelle jetzt 60 Satz ein pro V-Byte und bin dann auf jeden Fall safe im nächsten Block drin. Nee, so kann man das einfach nicht sagen, weil manchmal ist es so, dass auch ein Block erst nach einer Stunde auch jetzt gefunden wird. Und ja, und dann kann es sein, dass zum Beispiel ein Block mal auch mit mindestens 90 Satz pro V-Byte jetzt gemeint wird. Trotzdem ist das hier ein recht guter Anhaltspunkt. Gut, man kann ja auch jetzt zum Beispiel sehen, wie viele Satz pro V-Byte man jetzt einstellen muss, um in den drittnächsten Block auch jetzt reinzukommen. Also das nennt sich einfach Mempool Block 3. Das heißt, du musst hier aktuell mindestens 57 Satz pro V-Byte einstellen, um in den nächsten drei Blöcken, also in ungefähr hoffentlich 30 Minuten, ja auch jetzt bestätigt zu sein. Schauen wir uns mal die rechte Seite hier an. Hier kann man nämlich die Schwierigkeitsanpassung sehen. Nämlich bei Bitcoin ist es ja so, dass im Durchschnitt alle 10 Minuten ein neuer Block auch gefunden werden soll. Und ja, die Schwierigkeitsanpassung sorgt dafür ja, dass das auch so bleibt. Nämlich ist es so, dass alle 2016 Blöcke ja einfach eine Schwierigkeitsanpassung auch gemacht wird. Und es wird einfach nur geschaut, wurden in den letzten 2016 Blöcken die Blöcke jetzt zu schnell gefunden, dann wird die Schwierigkeit erhöht. Oder wurden die Blöcke zu langsam gefunden, dann wird die Schwierigkeit einfach ein bisschen runter gesetzt. Und das können wir gerade sehen. Also die Blöcke aktuell wurden zu 9,79 Prozent zu langsam gefunden. Und würde es jetzt eine Schwierigkeitsanpassung geben, dann würde die Schwierigkeit um 9,79 Prozent fallen. Eine weitere interessante Grafik ist hier die eingehende Transaktion. Also man kann hier gerade sehen, auf wie viele Transaktionen, also in Form von Wirtlebyte, in den Mempool gerade frisch reinkommen. Es gibt hier einmal so eine weiße gestrichelte Linie und die besagt einfach nur, ob nun der Mempool sich langfristig eher füllt oder ob der Mempool sich langfristig eher leert. Nämlich wenn die eingehenden Transaktionen über diesem weißen Strich sind, also auf wie zum Beispiel hier, dann war es so, dass sich der Mempool füllt. Und wenn halt im Durchschnitt die rote Linie eher hier unten ist, ja dann leert sich der Mempool eher langfristig. Aber man kann auf jeden Fall sehen, dass es extrem schwankt, deswegen kann man das eigentlich nicht so gut hier ablesen, ob sich jetzt nur der Mempool leert oder füllt. Und eine weitere schöne Grafik ist hier unten, ja die neueste Transaktion einfach anzeigt. Ja hier werden einfach Transaktionen angezeigt, die gerade frisch neu in den Mempool reinkamen. Und das Schöne ist halt, dass man sich hier auch die Transaktions-ID einfach anschauen kann. Und wir nehmen uns einfach mal eine raus. Ich nehme einfach mal die hier. Und genau, und das Schöne ist, hier kann man sich halt auch die Transaktionszeitsspiel mal anschauen. Die jetzt gerade frisch im Blog drin ist, oder halt, sie ist nicht frisch im Blog drin, sondern frisch im Mempool drin, ist noch unbestätigt. Und man kann hier auch genau sehen, welche Inputs und Outputs es gibt. Also ein Input ist einfach nur, woher eine Transaktion kommt. Und ein Output ist im Prinzip, wohin eine Transaktion geht. Jo, ich hoffe, das war jetzt sehr einfach und gut verständlich. Und ja, wenn ich irgendwas besser machen kann, einfach unten in die Kommentare schreiben, ein Like draufhauen. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao.